. Ach, da komm ich da nicht hin. Mus ich hier allein. Scheiße! Ich habe wohl keine Wahl. Nee, schmeißen die da gerade noch neue zu? Was machen die? So, du bist jetzt auch ein rituelles Opfer, Hammer. Ist das einer der Rebellen? Es gibt irgendwo einen Zugang. Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, da durch. Der Geruch wird immer stärker. Lara, wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Ujo über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt eine Reihe und eine Eclipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Unuratu ist die rechtmäßige Königin von Paititi. Ihre Familie wurde durch den Kult von Kukulkan von der Macht verdrängt, nachdem eine Hungersnot beinahe die gesamte Stadt ausgelöscht hatte. Ihr Ehemann Sairi starb, als er in der Umgebung von Paititi auf der Jagd nach Nahrung war. Sairis Bruder Amaru, oder Dr. Dominguez, fühlte sich verantwortlich und übernahm die Kontrolle über die Stadt, wobei er auf Ressourcen von Trinity zurückgriff, um die Paititianer bis zum Ende der Hungersnot zu ernähren. Obwohl Amaru die Stadt also gerettet hatte, herrscht der Kult nun in seiner Abwesenheit mit Arroganz und Einschüchterung. Unuratu und ihre Rebellen kämpfen für die Befreiung der Stadt aus den Klauen des Kults von Kukulkan und die Wiedereinsetzung ihres früheren Herrschergeschlechts. Unuratu wuchs in dem Glauben auf, dass ihre Familie dazu bestimmt ist, das Ritual der Schatulle von Ixchel durchzuführen und die Sonne für das nächste Zeitalter wiederherzustellen. Okay, das ist interessant. So, aber wir sollen uns herablassen, glaube ich. Ah ja, Entschuldigung. Ich vergesse mal, dass ich dabei die linke Maustaste drücken muss. So, sollte klappen. Sieht aus, als wär's der einzige Weg, okay? Mach ich jetzt mal noch nicht? Die Barriere muss verbrennen. Die Barriere muss verbrennen. Mhm. Für mich sehen die Dinger alle gleich aus. Ich weiß nicht, was sie da immer sieht. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Mhm. Da ist... Ist da Blut draus? Ekelhaft. Na dann. Ah, es würde brennen, wenn hier... Das ist kein, äh... Öl, das ist Pech, ne? Oder so. Jetzt kommt das da raus. Voller Öl. Und Blut. Ah, doch Öl und Blut. So. Jetzt anfangen zu brennen. Was? Alles verbrannt? So schnell? Verarsch mich da nicht. Ist das so eine Art Adalas-Kammer? So viel Blut, wie hier überall ist? Ich denke schon. Was ist denn das? Der Gold gemahlen? Ich denke, es ist nicht so ganz. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Tja. Vor allen Dingen im Blut. Das bleibt ja nicht flüssig. Das verdunstet ja auch. Also, das müssen ja auch frische Opfer sein. Ich bin nochmal. Hm. Ekelhaft. Oh, wie das runterläuft überall. Ich mach das jetzt schon mal an. Es fließt zur falschen Stelle. Falschen Stelle. Also, es kommt da hin. So. Müsste gehen, ne? So. Müsste gehen, ne? So, und? Kommt's an? Okay. Okay. Nein. Es muss nach links. Okay. Kann ich das währenddessen drehen? Da kommt ja gar nichts an. Dahin bringt mir auch nichts. Warte, dreh doch weiter den Schütter mal. So, jetzt aber. Mein Gott, ey. Na, jetzt müsste es gehen, oder? Sieht alles so krass aus, ne? Okay. Ist das jetzt richtig, oder nicht? Hier kann ich ja nichts drehen, oder? Ich bin unsicher jetzt. Wie wäre es denn, wenn wir da drin baden, hm? Boah, geil. Hm. So, und ab geht's. Und, hat's was gebracht? Wow. Glückwunsch. Warum komm ich nicht vorbei? Kann man hier lang nicht lang? Doch, kann man. Hä? Warum ging's nicht? Da geht's auch noch irgendwo lang, ne? Okay, aber dann kommen wir nicht mehr zurück, ne? Oder? Ich bin unsicher. Warte mal, aber... Was bringt's jetzt? Warum ist das jetzt hier ein Problem? Hier war mal so ein Hebel dran zum Drehen. Aber jetzt momentan ist irgendwie scheiße immer. Eine Barriere. Kann ich nicht irgendwo noch so einen anderen Hebel herkriegen? Ich geh mal gucken. Oh. 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 Es klingelt. Kleinen Moment, bin gleich wieder. So, da bin ich wieder, war nur der Postbote für Nachbarn. Wer kennt's nicht? Äh, ja. Also, wie mach ich das denn jetzt? Wie soll ich das... Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Weiß ich. Ich will aber jetzt wissen... Ne. Laber da nicht. Okay, warte. Ich kann die also miteinander verbinden. Ich mach das einmal kurz. Dann drehe ich das richtig, das Ding. Wie ist es denn richtig gedreht? Warte mal. Ich drehe einfach mal und schau. Und das andere drehen wir dann zurück. Warte, warte. Nicht zu viel, hör mal. Ich kann da gar nicht aufhören. Ah, so ist es richtig. Automatisch. Okay, okay. Ja, dann. Leiden wir den Scheiß durch. Und drehen wir das mal zurück. Na, dreh doch. In die Mitte? Hä? Wie dreht denn sich das jetzt selbst? Ist das so richtig? Ist doch niemals im Leben richtig, oder? Hä? Hallo? Was passiert denn jetzt, so warmmer? Guck's dir an! Ich kann es gar nicht machen. Was ist denn jetzt richtig? Ich hoffe jetzt mal, aber keine Ahnung, ey. Langsam bin ich echt verwirrt. Aber müsste, ne? Na? Wo kommt die Suppe lang? Aha. Sehr gut. So, ab geht er. Und jetzt zur Schatulle. Als wenn es so einfach ist. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du jetzt einfach so zur Schatulle kommst. Oh nein, ist das eine Karte? Ich mag keine Karten. Nee, ist das ernsthaft, Schatulle? Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Kannst du so einstecken, dass diesmal nicht rausfällt, wenn die dich aufheben oder so ein Scheiß? Und jetzt ist das Trinity. Nein. Okay. Das ist auch Trinity. Äh, wie dumm sie ist, ne? Was ist passiert? Kann ich nicht? Ich peile nicht so richtig, wo ich hin muss. Ich peile nicht so richtig, wo ich hin muss. Schön. Ich glaub, das war keine gute Idee. Ich bin mir unsicher, was ich gerade machen soll. Kann ich geradeaus? Kann ich? Kann ich... Nein, nein, nein! Nein! Hallo! Das war unfair. Wir haben sich nicht mehr rauskriegt, ich bin doch auch in den Leuten. Ich habe mich vor meine Kamera gestellt. Ich habe nichts mehr gesehen, Hammer. Das ist scheiße. Was war das denn? Was ist das für ein Kacke? Ich hasse so einen Kack. Halt fest, halt fest. Oh mein Gott. Ich habe ihn gebrochen. Er auch. Hey Lara, falls möglich, geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Einen Gefallen, glaube ich. Okay, ich komme zurück so schnell ich kann. So, das war ja jetzt semi-optimal, oder? Uff. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was wir machen sollen. Achso, warte, ich schaue mal eben wegen, ähm, wegen Inventar. Kann man was verbessern? Upgrades, upgrades. Hier, guck mal. Ich mache es mal hier. Mhm, mhm, mhm. So, ich verkaufe dann auch gleich nochmal auf dem Rückweg den Müll. Oh, hier sind wieder mehr Stöcker. Ich spawni die etwa. Bin unsicher. Ich, äh, tue auch immer die gleichen, äh, Stellen anlaufen, gefühlt. Wie geht's? Schau, was ich für dich habe. Hier sind schöne Sachen. Hm, ich muss aber jetzt mal gucken, dass ich den Scheiß verkauft kriege. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Die Götter sind für uns. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Die Götter sind für uns. Oh, der nervt, ne? Das war eine ausgezeichnete Wahl. Federn, komm. Federn können wir ein paar verkaufen. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Ich bin immer bereit zum Handeln. Achso, warte, ja genau. Wie geht's denn so? Ich hab viel Handelsware. Ich wollte eigentlich schauen, was er uns geben kann. Überreste, sechs Himmelsmantel. Mehr Schutz vor Fernkampfangriffen. Hm, ich glaub, wir kaufen das einfach. Die Götter sind für uns. Ich kauf die Scheiße jetzt einfach. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Mögen die Götter dich lächeln. Ja, ja, ja. Nurato ist bestimmt besorgt wie Äzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Wir müssen vieles. Aber erst mal... Müssen wir... Müssen wir jetzt erst mal mit ihm reden? Ich weiß es gar nicht. Pisco hat meine Würfel, das weiß ich. Hoffentlich holst du sie zurück. Okay, warte mal. Kann ich, ähm... Stoßen. Kann ich das irgendwie... Aktivieren? Nicht so, ne? Nee, das wird mir nicht angezeigt. Hör mal.